Wo ist mein Buch? Es ist auf dem Tisch. Wo ist mein Buch? Es ist auf dem Tisch. Hast du Hunger? Ja, ich möchte essen. Kommst du mit? Ja, ich bin gleich da. Kommst du mit? Ja, ich bin gleich da. Wie spät ist es? Es ist 10 Uhr. Wie spät ist es? Es ist 10 Uhr. Ist das dein Hund? Nein, das ist meiner nicht. Ist das dein Hund? Nein, das ist meiner nicht. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Berlin. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Berlin. Hast du die Zeitung? Ja, hier ist sie. Hast du die Zeitung? Ja, hier ist sie. Trinkst du Kaffee? Nein, ich trinke Tee. Trinkst du Kaffee? Nein, ich trinke Tee. Kannst du mir helfen? Natürlich, was brauchst du? Kannst du mir helfen? Natürlich, was brauchst du? Wo arbeiten Sie? Ich arbeite im Büro. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite im Büro. Was machst du heute Abend? Ich gehe ins Kino. Was machst du heute Abend? Ich gehe ins Kino. Wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt. Wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Wo hast du das gekauft? Ich habe es im Supermarkt gekauft. Wo hast du das gekauft? Ich habe es im Supermarkt gekauft. Kannst du mir bitte das Salz geben? Ja, hier ist es. Kannst du mir bitte das Salz geben? Ja, hier ist es. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke. Wie geht's dir? Was möchtest du trinken? Ich hätte gern ein Glas Wasser. Was möchtest du trinken? Ich hätte gern ein Glas Wasser. Gehst du oft ins Fitnessstudio? Ja, dreimal die Woche. Gehst du oft ins Fitnessstudio? Ja, dreimal die Woche. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Welche Musik hörst du gern? Ich höre gerne Popmusik. Welche Musik hörst du gern? Ich höre gerne Popmusik. Wo ist mein Buch? Es ist auf dem Tisch. Wo ist mein Buch? Es ist auf dem Tisch. Wo ist mein Buch? Es ist auf dem Tisch. Ja, ich möchte essen. Hast du Hunger? Ja, ich möchte essen. Kommst du mit? Ja, ich bin gleich da. Kommst du mit? Ja, ich bin gleich da. Wie spät ist es? Es ist 10 Uhr. Wie spät ist es? Es ist 10 Uhr. Ist das dein Hund? Nein, das ist meiner nicht. Ist das dein Hund? Nein, das ist meiner nicht. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Berlin. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Berlin. Hast du die Zeitung? Ja, hier ist sie. Hast du die Zeitung? Ja, hier ist sie. Trinkst du Kaffee? Nein, ich trinke Tee. Trinkst du Kaffee? Nein, ich trinke Tee. Kannst du mir helfen? Natürlich. Was brauchst du? Kannst du mir helfen? Natürlich. Was brauchst du? Ich arbeite im Büro. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite im Büro. Ich arbeite im Büro. Ich arbeite im Büro. Was machst du heute Abend? Ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Kino. Wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt. Wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Wo hast du das gekauft? Ich habe es im Supermarkt gekauft. Wo hast du das gekauft? Ich habe es im Supermarkt gekauft. Kannst du mir bitte das Salz geben? Ja, hier ist es. Kannst du mir bitte das Salz geben? Ja, hier ist es. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Was möchtest du trinken? Was möchtest du trinken? Ich hätte gern ein Glas Wasser. Was möchtest du trinken? Ich hätte gern ein Glas Wasser. Gehst du oft ins Fitnessstudio? Ja, dreimal die Woche. Gehst du oft ins Fitnessstudio? Ja, dreimal die Woche. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Welche Musik hörst du gern? Ich höre gerne Popmusik. Welche Musik hörst du gern? Ich höre gerne Popmusik.